Er war immer sehr interessiert an uns im Osten und auch in Zeiten, wo der eiserne Vorhang noch war. Und das war sehr schön. Ich bin hier im Osten aufgewachsen und trotzdem war Udo bei allen Sachen präsent. Die Lieder damals, die haben uns Mut gemacht. Er wollte die Mauer kaputt machen, wir konnten es gar nicht fassen. Er hat sein Leben lang gegen die Mauer angesungen. Udo Lindenberg, Rocklegende, Maler und Kämpfer gegen die deutsche Teilung. 30 Jahre nach dem Mauerfall treffen wir ihn in Leipzig. Dort, wo die Revolution gegen das DDR-Regime begann. Das Museum der Bildenden Künste in Leipzig zeigt Lindenbergs Bilder und Exponate über sein Engagement für die Ostdeutschen. Ich bin hier im Museum der Bildenden Künste in Leipzig in einer ganz besonderen Ausstellung. Denn der Künstler ist eine Legende der deutschen Rockmusik. Und ich benutze das Wort Legende nicht einfach so. Seit fast 50 Jahren hat er die deutsche Musikszene geprägt. Willkommen, Udo Lindenberg. Die Eternal Young Talent. Die Eternal Young Talent. Ganz genau. Sie sind jetzt über 70 und spielen in ausverkauften Stadien für ein größeres Publikum als jemals zuvor. Well, it's great. It's so fantastic, you know. They all love, you know, the Pentagon Orchestra, our show, you know. They carry us through the show, through three hours, you know, of real action and real sports and all that, yeah, yeah. With their love, you know. Ah, here. We have a nice egg liquor. You know this? This is a very famous, famous drink. Okay. It's made from eggs, right? It's an iron liquor, you know. And it brings a lot of luck to us. Plus, I do gurgling with egg liquor on stage, because it's good for the voice. Cheers. What I'm going to show you. Cheers, yeah. Me, 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 me. You hear it? Me, 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 me. How good it is for the voice? Yeah. Da, 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 da. Wer ist dieser unglaubliche Mann? Mehr über Udo Lindenberg. Udo Lindenberg ist so etwas wie eine Marke. In Deutschland kennt jeder den Sänger, der in einer Suite im Hamburger Hotel Atlantik lebt. Ein ganzes Museum über sich selbst gestaltet und ein Musical mit seinen Songs kreiert hat. Geboren 1946 in der westdeutschen Kleinstadt Gronau. Ein dominanter Vater, eine fürsorgliche Mutter. Die Geschwister Erich, Inge und Erika. Udo will raus in die Welt und wird ein gefragter Jazz-Schlagzeuger. Erst mit 27 Jahren der Durchbruch als Sänger und Texter. Auf dem Album Alles klar auf der Andrea Doria bringt Lindenberg die deutsche Sprache in die Rockmusik. Eine Revolution. Mehr als 600 Songs schreibt er bis heute. Veröffentlicht 36 Studio-Alben, die sich millionenfach verkaufen. Schon damals Lindenbergs Thema Der eiserne Vorhang. Wie im Song Mädchen aus Ost-Berlin. Das war wirklich schwer. Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch. Das Drama des getrennten Deutschlands verdichtet in einem Liebeslied. Nach dem Mauerfall singt Lindenbergs Stern. In den 90er Jahren beginnt er zu malen. Doch musikalisch geht's bergab, auch wegen seiner Alkoholprobleme. Die Plattenverkäufe sinken. 2008 schafft er den Befreiungsschlag. Gemeinsam mit Gastmusikern wie Rapper Jan Dilek gelingt Udo Lindenberg ein Riesen-Comeback. Das Album Start wie zwei beschert ihm erstmals Platz eins in den Charts. Seitdem tourt der Deutschrock-Pionier unermüdlich durch ausverkaufte Stadien. Heute, mit über 70 Jahren, ist Udo Lindenberg erfolgreicher als je zuvor. In den 70er und 80er Jahren hast du dich sehr gegen die deutsche Teilung eingesetzt. Auch als das nicht besonders populär war. Warum hat dich das so sehr beschäftigt? Warum fühlst du so stark über das? Es ist ein Kulturkreis, unsere Literatur, unsere Musik. Ich denke an Bach in Leipzig, ich denke an Goethe in Weimar und 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 was. Und vor allem dachte ich an die vielen, vielen Menschen, die vielen Freunde, die ich hatte. Und ich wollte die endlich mal kennenlernen. Ich finde es gerade jetzt mal hier in Leipzig. Wir haben ein kleines Konzert gemacht. Wir haben unsere Ausstellung hier eröffnet. Hier in einem sehr tollen Museum. Und der Anlass war meine Verneigung vor den ersten Demonstranten der Montagsdemos. Die haben vor genau 30 Jahren, die sind hier losgezogen, die friedliche Revolution. Und es war gefährlich. Es war auch riskant. Es war auch scary, das ganze Ding mit Panzern und so. Maybe with tanks and guns and all that. With snipers and all that shit. Wir sind auf Fall! Wir sind auf Fall! So it could have been very dangerous. Ja, aber die sind losgezogen und darum bin ich... Und deshalb ist die Mauer gefallen. So it could have been a friedliche Revolution. And then the wall came down. Ja, ja. Mit Humor gegen den Kalten Krieg. Die Leipziger Ausstellung Zwischentöne dokumentiert Udo Lindenbergs Engagement gegen die deutsche Teilung. Mit seinen Bildern und Exponaten. In den 80er Jahren will der Rocker endlich in der DDR spielen und schenkt dem damaligen Staatschef Erich Honecker eine Gitarre und eine Lederjacke. Der bedankt sich mit dieser Schalmai. Diplomatie à la Udo Lindenberg. Was mich fasziniert und was die Menschen auch in Ostdeutschland fasziniert hat, dass er einfach so authentisch ist. Er ist einfach so grundehrlich und er ist so grundauf warm. Er ist so ein herzlicher Mensch und auch wirklich ein wichtiger Mensch. Den man oft viel zu sehr in die Schublade des Popsängers oder des Liedermachers setzt, weil er ist viel, viel mehr. Zum Beispiel Maler. Viele seiner Bilder kreiert Udo Lindenberg im Comicstil und koloriert sie mit Farben aus hochprozentigen Getränken. Rund 50 seiner sogenannten Likörelle sind in der Ausstellung zu sehen. Zur Eröffnung gibt Udo Lindenberg ein kleines Konzert im Foyer des Leipziger Museums für einigen hundert überglücklichen Fans. Dieser Trabi, das klassische DDR-Auto lackiert in Gold, war ein Geschenk ostdeutscher Bürger an den westdeutschen Sänger, als Dank für seinen Einsatz gegen die Mauer, dem Symbol der deutschen Teilung. Ich sollte hier vielleicht erklären, man konnte zwar von West nach Ost-Berlin reisen, aber man musste bis Mitternacht zurückzahlen. Wollte man woanders hin in der DDR, musste man eine Sondergenehmigung beantragen. Du hast diesen sehr emotionalen Song über das Mädchen aus Ost-Berlin geschrieben. War das jemand, in den du verliebt warst? Das war wirklich schwer. Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wäre. Doch ich komme wieder. Und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne Nerven rein. Da muss auch auf die Dauer was zu machen sein. Yeah! Das ist eine klare Sache. Und das Lied wurde total populär. Das war so eine Art heimliche Nationalhymne oder so. Und es hat sich gelohnt. Für die Menschen im Osten des Landes bist du heute ein echter Held. I was the official enemy of the state. Ja, das heißt, he is just a crap, you know, some nerd. Den brauchen wir hier nicht bei uns, also da kriegt keiner Auftrittsgenehmigung. Warum? Weil sie haben sich schon gedacht, es würde eine Revolte nach sich ziehen, ja. Also zu viel Tumult, also zu viele junge Leute, ja. Überhaupt Menschen würden da hingehen wollen. Es gäbe in den Straßen einen Riesenauflauf, Nudelauflauf, jede Menge Leute und so. Und deswegen gab es ja nie eine Genehmigung. Sie fanden das riskant. Sonderzug nach Pankow. Ein ironischer Song, gerichtet an Ex-DDR-Staatschef Erich Honecker. Im Januar 1983 protestiert der westdeutsche Musiker damit gegen sein Auftrittsverbot im Mauerstaat. Lindenbergs respektlose Bezeichnungen des Staatsoberhauptes als Oberindianer. Sturer Schrat und Rocker wurden von der sogenannten Stasi, dem Geheimdienst der DDR, angeprangert, die Verbreitung des Liedes unter Strafe gestellt. Doch im Oktober 1983 darf Lindenberg dann plötzlich doch nach Ostberlin. In der Hochzeit des Kalten Krieges will sich die DDR kooperativ zeigen. Sogar eine Tournee wird ihm zugesagt. Ich freue mich sehr, dass es nun losgeht nach acht Jahren. Heute der Auftakt zur großen DDR-Tournee durch mehrere Städte, der DDR, nächstes Jahr. Was der Rockmusiker nicht weiß, jeder Schritt von ihm wird von hunderten Stasi-Beamten observiert. Dann der Auftritt im Palast der Republik. Hier spielt Udo Lindenberg vier Songs beim Festival Rock für den Frieden vor ausgewählten, linientreuen Zuschauern. Die wahren Fans müssen draußen bleiben und machen ihrem Ärger Luft. Udo Lindenberg bleibt unbequem, fordert Abrüstungen West und Ost. Wer kriegt alle Raketenschrott in der Bundesrepublik und in der DDR? Nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen. In einem Papier der Stasi heißt es anschließend, Lindenbergs Äußerungen zur Abschaffung der Raketen in Ost und West, seine vulgäre Sprache und sein dekadentes Äußeres, hätten der Veranstaltung nicht entsprochen. Die Auftrittserlaubnis sei eine politische Fehleinschätzung gewesen. Udo Lindenberg bleibt für die Staatsführung zu unberechenbar. Seine Tour wird gestrichen, die Fans sind enttäuscht. Und das ist alles, wie gesagt, diese Malerei ist mit liqueurfarben. Es ist einzigartig. Hast du es patentieren lassen? Patentieren? Ja, ja. Es patentiert ist only... Nobody else is allowed to do this. Nobody else can do this. It's only Lindyismus. We call it Lindyismus. Lindyismus? Eine neue Form von Malerei, Lindyismus. Das ist mit Eureka. Du kannst es sogar sehen. Du kannst noch mehr Eureka. Ja, ja, ja. Du siehst, das ist die Farbe. Eureka. Und dann, wenn wir zusammen sind, hatten wir die Brandenburg-Gate. Und dann hatten wir eine große, große Party. Wie gesagt, die größte Party, die ich jemals erlebt habe. Die große, große Party am Brandenburg-Gate. Und dann, das ist wie Gold. Gold mit Zeiten. Chancellor Kohl. Back down. Ja, ja, ja. Blühende Landschaft. Blühende Landschaft. Blühende Landschaft. Schieres Gold. Hätte ja auch richtig gut was werden. Wird auch noch. Hat ein bisschen länger gedauert. Dauert ja auch noch immer. Weil wir müssen noch mehr zueinander finden. Die Menschen im Osten und die Menschen im Westen und so. Mit der Sensibilität, wie ich sagte. Mehr aufeinander zugehen. Voneinander lernen und so. In der Nacht vom 9. November fiel die Mauer. Weißt du noch, wie du das erlebt hast? Wo warst du damals? Ich war in Munich. I war in Munich. You know, some party or so. And then they gave me a call. They said, look at TV. You won't believe. It is, you know. The dream came true. They tear down the wall, you know. The f***ing war is over, yeah. And then the next plane was mine, you know. So then went to the lid. And then a little undercover, you know. With some masks, you know. The mustache and all that, you know. Yeah. Also, die haben mich ja zu Tode umarmt, weißt du. Und dann haben wir so eine tolle Party. Und es war die beste Party. Es war die geilste Party meines ganzen Lebens. Und dann nur so 10 Tage danach haben wir schon angefangen mit der Tour. Die Tour vorbereitet dann. Die erste Tour. Das war so ein Tränenmeer, weißt du. Die erste Konzerne in Suhl als erste Konzerne. Aber dann in Leipzig in der Messehalle. Und endlich konnten die Leute selber bestimmen. Wer kommt die auch, die Menschen konnten es bestimmen. Und nicht mehr die Regierung. Und wir bleiben ein zu unserer ersten Tournee in den Hammer und sich im Start. Jahrelang haben Udo Lindenberg und seine Fans auf diesen Moment gewartet. Im Januar 1990 geht der Traum in Erfüllung. Eine Tournee durch die DDR. Leipzig ist die erste größere Stadt der Tour. Im Juni 2019 spielt Lindenberg wieder einmal in Leipzig. Manche Fans erinnern sich noch an das erste Konzert nach dem Mauerfall. Für mich Gänsehaut von der ersten Minute. Da hat mit Cello damals angefangen. Der erste Titel, den er gespielt hat. Da haben wir wahrscheinlich viele Tränen in den Augen gehabt. Also es war gigantisch. Ich denke an unser erstes Konzert zurück. Wir haben uns ja derartig gefreut, dass es unendlich so weit war. Dass nicht mehr irgendwelche Arschlöcher erzählen konnten, wer hier auf die Bühne kommt. Sondern, dass ihr selber entschieden habt. Ja! Ja! Ich würd so gerne bei euch mal singen, meine Freunde in der DDR. Ja! Ja! Er war immer sehr interessiert an uns im Osten. Und auch in Zeiten, wo der eiserne Vorhang noch war. Ja! Und das war sehr schön. Für mich war schon immer eine coole Socke mit einem coolen Hut oder coolen Brille. Das ist für mich eine ganz emotionale Sache. Ich bin hier im Osten aufgewachsen und trotzdem war Udo bei allen Sachen präsent. Und auch hier der Klassiker, der Sonderzug nach Pankow. Lindenbergs frech charmante Aufforderung an die DDR-Führung, die Grenze zu öffnen. Das war ja das provokante Lied. Es war ja verboten. Ich hab's damals heimlich über dem Westcenter auf Kassette gehabt und hab's dann oftlos relativ leise gespielt. In Leipzig begannen die Proteste gegen das DDR-Regime. Mit den sogenannten Montagsdemonstrationen im Herbst 1989. Es war ja eine friedliche Revolution. Und das wurde sicherlich, hat er damit auch seinen Beitrag geleistet. Für Udo Lindenberg und seine 10.000 Fans in der Leipzig Arena ist der Abend ein ganz besonderer. Und wie bei seinem Konzert vor drei Jahrzehnten hat mancher eine Träne im Auge. Wir feiern jetzt 30 Jahre Marfa. Bist du glücklich darüber, wie sich alles entwickelt hat? Ich sehe heute, im Zeitalter der Clowns, du hast ja überall weltweit Populismus, Rechts- und Nationalismus. Aber Nationalismus ist genau der falsche Weg. Natürlich gibt's das nicht nur in Deutschland, das gibt's ja überall. Überall die Johnsons und die Trumps und die Nationalgedröhner und so weiter. Und das haben wir leider auch in Deutschland. Und Deutschland finde ich es besonders peinlich vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Es ist so, dass es uns Sorgen macht, das ist ja klar. Aber die große Mehrheit der Deutschen findet das total gut, dass sie so ein tolerantes Land haben und auch eine bunte Vielfalt ist und dann die Welt offen und so. Könntest du dich in ein paar Worten selbst beschreiben? In Deutschland kennt dich jeder, aber vielleicht nicht im Ausland. Es ist so, ich singe ja deutsch, ich singe nur deutsche Texte. Ich singe bisher sehr wenig englische Texte, was eigentlich schade ist. Wir sollten auch Englisch singen. Aber als ich anfing als junger Musiker mit meiner Singerei oder so, da gab's keine deutschen Rocktexte. Genau. Es ist hard to believe, aber es gab so etwas nicht. Man muss ja auch die Straßensprache, der Sound auf Rock'n'Roll, weißt du, ne? Dieser wie ein rauer Straßenwind, weißt du, wie auf der Straße sprechen und so, ne? Rockmusik war immer in Englisch, ne? Und das ist auch schade, in einem Land, in dem es so große Sprache gibt, jetzt denken wir an Brecht, an Goethe, an Kleist, an so viele Heiner Müller, so viele große Schreiber, ja? Und die Deutschen sind praktisch verloren gegangen. Ja. Also auch über den Krieg, die Nazis, die ja viele von den großen Schreibern verjagt haben, wenn sie sie nicht ermordet haben in KZs, mussten flüchten. Deutschland gilt ja als Land der Dichter und Denker. Es gibt einen englischen Song von dir, The Germans, die Deutschen. Der ist sehr lustig. Du rymst Ladies auf Mercedes. Das finde ich super. Und du rymst Schiller auf Thriller. Ich will mehr davon. Ich will mehr davon. Ja. Ja, 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 me too. Wir mussten aber erstmal die Deutschsprache wiederfinden, ne? Wiederfinden und so. Das war auch eher auch unsere Aufgabe. Ich hatte dann irgendwie, ich hatte da so ein paar Eingebungen, da stand der Heilige Geist auch dabei und so, ne? Und verschiedene Kräfte aus dem Underground oder wie auch immer. Und dann entstanden diese deutschen Songs. In Deutschland kennt das jeder, in Deutschland mag das auch jeder. Da ist auch eine starke Korrespondenz zwischen meinen Texten und der Art, wie die Leute auf der Straße aussprechen. Also Klartext. Geradeaus. Weißt du? Denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, hinter all den schwarzen Wolken. Wieder gute Zeiten warten. Wieder geile Zeiten warten. Wieder gute Zeiten warten. Ich glaube, die Leute, die kein Deutsch sprechen, können trotzdem zu deinen Konzerten gehen. Denn deine Auftritte heute sind riesig und wie Theater. Du erzählst immer Geschichten. Andere deutsche Rockmusiker machen das nicht. Aber du bietest die große Show. Du bietest die große Show. El Dorado, ich komm an, auf der goldenen Landebahn. Udo Lindenberg und seine Band, das Panikorchester, lassen es gerne im großen Stil krachen. Die Konzerte gehören zu den aufwändigsten und auch teuersten Shows in der Musikbranche. Auch international. Ein Zeppelin, mehr als 100 Mitarbeiter und zehn Riesentrucks für Bühne und Technik begleiten Lindenberg bei der Ich-mach-mein-Ding-Tour. 2011, das erste von zwei Konzerten für die Reihe MTV Unplugged mit Gastmusikern wie dem Erfurter Sänger Clueso. Über eine Million Mal verkauft ist der Live-Mitschnitt das bisher erfolgreichste Album der Rock-Ikone. Odo Lindenberg, auch ein Profi für spektakuläre Auftritte. Das ist immer meine Freude, die Texte umzusetzen in große Bilder, große neue Dinge. Aber man ist ja auch im Sprung. Man ist so ein bisschen wie Faust von Goethe. Immer die neuen Kicks, die neuen Sensationen und so. Man will was Neues entdecken und sich nicht ewig wiederholen. Man kommt nicht durch das Stadion herangeflogen aus einer kleinen Plattform. Todesmutig, man kann auch mal abstürzen oder schwindelig und dann kannst du runterreiern. Und das macht total, total Freude. Also viel auch Kostümtheater. Das hat mich auch inspiriert, diese Revuen zu machen. Das sind Rock-Revuen. Und die sind wirklich groß. Und das ist wirklich schade, das dürfen wir dem internationalen Publikum nicht vorenthalten. Deswegen gibt es ja nur die englischen Songs und so. Ich sage Ihnen, dieser Mann ist ein Dichter. Noch eine Frage. Viele Menschen kommen in diese Ausstellung. Du bist ein großer Star in Deutschland. Du spielst in großen Stadien, aber du bist trotzdem ein Mann des Volkes. Du bist seit 50 Jahren erfolgreich, aber trotzdem ganz nah an dem Menschen und sehr freundlich. Wie schaffst du das? Ich lebe auf der Straße, also nicht in irgendwelchen Villen, so ganz weit weg oder so. Ich wohne ja im Hotel, immer nur im Hotel, seit ewig schon. Ich wohne im Hotel und wohne in den Kneipen und auf der Straße unterwegs. Und jeder kann mich auch treffen und dann reden wir. Auch über Texte, auch über die Shows, auch über die Politik, was alles anders werden muss und so weiter. Ja, und das ist sehr, sehr toll. Das ist für mich auch die Inspiration. Das ist doch schön. Das habe ich doch auch immer gewollt. Dass meine Lieder, dass sie euch erreichen und so. Und ich eure Gedanken auch mit einleiten, dass es zusammen geht. Dass es eine gemeinsame Sache wird, gegen Rechtsradikale und alles sowas. Weißt du, ne? Dass wir uns ein schönes, weltoffenes Land hier erhalten und so, ne? Und dann weiter nach vorne pushen und so, ne? Ja, und das ist so living with the people on the street. Straßenindianer, Lindianer, Straßenlindianer, Straßencowboy, ne? Yeah, immer unterwegs. Wir freuen uns jetzt schon. Wir sind ja nächstes Jahr wieder auf Tournee. Wir sind ja wieder auf Tour. Und das ist auch schön. Das ist ja auch mein Zuhause, richtig. Auf der großen Bühne und dann mit euch und die Panik-Familie. Wir sind ja wie eine Familie, ne? Wir sind ja auch. Wir sind ja in Dresden, ne? Ja, wir sind ja in Dresden, ne? Wir sind ja in Dresden, ne? Ja, wir sind ja in Dresden, ne? Kommt ja auch, ne? Ja, wir kommen. Ja, ja, lauf sich überall, klar. Udo, es war toll für mich, dich zu treffen, Udo. Vielen Dank. Danke für deine Kunst, für deine Musik und vor allem danke, dass es dich gibt. Mach weiter so. Keep on rockin', man. Keep on rockin', thank you so much. Vielen Dank an Udo Lindenberg und auf Wiedersehen von mir, Robin Barrow. Yeah, thank you so much and no panic. Und meinetwegen 13 Kinder, alle total voll. Oh, Baby, Baby, nimm mich in deine Arme. Oh, Kleine. Ich bin absolut cuspälen, yeah! Ja! Ja! Danke euch! Yeah! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020